Hey Leute, dieser Moment, wenn es einfach noch hell ist, es ist Tageslicht, es ist hell und man hat Feierabend, also in dem Fall ich habe Feierabend. Wir haben kurz nach 5 und es ist mega hell. Oh mein Gott, wie schön, es ist so cool. Und noch Licht, Sonnenuntergang on point, wie cool ist das, voll voll schön. Ich fahr jetzt heim, ich muss vor 20.15 Uhr schaffen, die Folge von letzter Woche Bachelor mir reinzuziehen und dann zu kommentieren, hatte ich ja vor. Ich bin ja gespannt, er soll ja einige Frauen wieder abknutschen. Ich bin ja auf die Folge, die um 20.15 Uhr läuft, noch gespannter, also ich bin auf beide super sehr gespannt, super sehr, sehr gespannt, super gespannt, ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Wegen dem Gewinnspiel wollte ich noch ein paar Dinge zu sagen, ich kann es ja jetzt schnell machen, also um daran teilzunehmen, ich habe es ja geschrieben, aber vielleicht können manche auch nicht gut lesen, ich weiß es nicht. Wer wirklich gewinnen möchte, muss das Bild liken, meinen Freundinnen folgen und ein Herz kommentieren und dann kann man beim Gewinnspiel teilnehmen, aber nur, wenn man diese alle Kriterien erfüllt hat. Wer das nicht macht und das werde ich ja auch hinterher nachprüfen können, fällt dann leider raus aus dem Gewinnspiel hinterher. Also wenn ich jemand auslose und er hat diese Kriterien nicht erfüllt, um fair zu bleiben, gewinnt die Person natürlich dann nicht, dann werde ich jemand anderes auslosen. Ich werde das über irgendeinen Zufallsgenerator machen, Insta-App, ich muss mal gucken, ich werde mich da noch ein bisschen schlau machen. Notfalls schreibe ich alle Namen auf einen Zettel und mache dieses ganz altmodische Auslosungsverfahren, wenn es nicht laufen soll mit der App, was ich jetzt nicht glaube. Aber ich werde mich dabei filmen, während ich das mache, damit ihr auch wirklich seht, es ist nicht geschummelt. Ihr könnt auch noch so viel schreiben, ihr würdet gerne gewinnen, könnt ihr gerne machen, aber ich entscheide nicht nach Sympathie, sondern das entscheidet wie gesagt der Zufall. Entweder meine Hand, wenn ich das auslose oder dieser Zufallsgenerator, der online irgendwo über irgendeine App, keine Ahnung, gibt es bestimmt, aber ich muss mich noch schlau machen, wie gesagt. Ich werde schon eine Lösung finden. Auf jeden Fall mega, mega coole Laune habe ich wieder mal, weil wir haben einfach kurz nach 5, es ist super hell. Ich habe Feierabend und das Leben ist schön. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.